Unsere Bar hier ist einzigartig. Vier Meter unter der Erde. Eine der tollsten Locations hier in der Region Offenburg. Hallo, mein Name ist Kosta Zadalovacidis. Ich bin der Betreiber hier der Stadtmauer. Wir feiern hier die Events mit bis zu 150 Personen in unserer Location. Wir haben hier jedes Wochenende, Freitag, Samstag einen Live-DJ hier. Wir entwickeln den Barbetrieb zu einem Feierabend. Also wenn jetzt die Leute gut drauf sind und der DJ merkt es, dann tanzen wir hier durch den Laden natürlich. Ich bin der Alex, bin hier der Betriebsleiter, kümmere mich um diese schöne Bar. Die Karte, die wir hier haben, umfasst ungefähr 59 Cocktails verschiedene. Da könnt ihr euch was aussuchen, einfach mal was Neues ausprobieren, einfach mal anders als gewohnt. Unser Stadtmauer Special Sour ist sehr interessant. Genauso auch unser Blackberry Mojito. Oder auch der Moscow Mule wird bei uns auf eine andere Rezeptur gemacht, wie ihr ihn kennt oder draußen trinkt. Und ist aktuell auch unser stärkst verkauftster Cocktail hier im Laden. Es war mir sehr wichtig, wo ich damals dieses Projekt hier angefangen habe, dass ich so viele regionale Partner hier ins Boot bringen kann. Und ich bin stolz darauf, dass mir sowas gelungen ist mit unseren regionalen Partnern, zum Beispiel Oberkircher Winzer Genossenschaft oder mit unserem Zigarrenherr Lehmann aus Laar. Unser Bier, die Ketterer Brauerei, die Firma Hobart mit Spitzenqualität der Spülmaschinen. Selbstverständlich ist natürlich auch unsere Spülmaschine ganz besonders wichtig. Deswegen haben wir auch die Firma Hobart gewählt. Hobart hat einfach ein intelligentes und sehr schnelles Reinigungssystem, was die Gläser mit verschiedenen Temperaturen auch zu 100 Prozent sauber macht. Ich bin sehr überzeugt von dem System, genauso wie die Glasstrohhalme bei 85 Grad. Hygienischer geht es gar nicht und erspart sehr, sehr viel Zeit und auch Last. Sie ist klein, handlich und direkt in der Bar. Somit erleichtert es uns auch die Arbeit, um nach so vielen Drinks oder Cocktails die Gläser zu spülen. Wir haben extra eine teurere Maschine gewählt mit einem Trockensystem drin, das neueste von Hobart. Und es erleichtert einfach, weil die Gläser kommen streifenfrei, sauber, ohne Wasserflecken aus der Maschine. Somit kann man sie, nachdem sie leicht abgekühlt sind, auch direkt wiederverwenden, ohne großes Polieren oder hinterherwischen. Hm-hm-mm завett heiert Chega Heitig So So You You